Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass diese Performance nicht da ist. Guten Tag. Guten Tag. Hört man das Handy so ein bisschen näher ans Gesicht, da sieht man dich besser. Sehr, sehr gut. Sieht man was drauf? Äh, no. Okay, war klar. Warte. So sieht man was. Okay, so funktioniert es auch. Warte, ich kann das noch ein bisschen weiter. Oh no. Das ist sehr, sehr lieb. Ab auf hier ist ein Motor Show. Wuh! Deine Musik. Ich bin bereit für den Arschversuch zu bekommen. Haha. Warte, sugar! Beide mit einem Arschversuch zu bekommen? Und er fährt noch. Und? Also wir konnten jetzt nicht sagen, dass unser Rennverein nicht unprofessionell war, weil wir knallen uns gerade genauso weg wie Lewis Hamilton und Max Wester. Hey yo! Das war der Polski Fiat. Das war's. 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 Wieso sieht der Cupra aus wie Mike Tyson? Das war's. 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 Bis zum nächsten Mal.